Ich bin selber noch kein Vater, aber ich wollte trotzdem mal rausfinden, ob ich genauso gut mit Kindern umgehen kann, wie du mit deinem Kleinen. Und da ja jetzt Kita-Streik war, hatten die Kids ja auch mal ein bisschen Zeit. Ich hab mir ein paar ausgeliehen und wir haben uns einfach mal auf Augenhöhe unterhalten. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Ja. Du bist ja Robin, ne? Ja. Robin, weißt du, was wir heute machen? Nö. Ist es dir egal, was wir machen? Ja. Weißt du, in welchem Land wir wohnen? In Deutschland. In Deutschland. Und weißt du, wer die Bundeskanzlerin ist? Merkel. Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann mal ein Mann Bundeskanzler in Deutschland wird? Nee, ne? Glaubst du, das Leben wäre besser oder schlechter, wenn ein Mann Bundeskanzler wäre? Schlechter. Was verdient denn der Durchschnittsmensch in Deutschland? Wie viel Geld im Monat? Wisst ihr das? 150 Euro. 150 Euro? Ist viel Geld? Ist viel. Ich bin schon mal viert. Willst du sagen, Geld regiert die Welt? Alles dreht sich um Geld? Ne? Worum dreht sich alles im Leben? Ähm, um Spiele. Warum blühen Blumen? Wegen sonst ist alles, ähm, sonst ist alles grau. Und das sieht nicht schön aus. Was macht denn der Papa beruflich? Er arbeitet in der Arbeit. Lügen euch Mama und Papa manchmal an? Keine Ahnung. Wenn sie uns angelogen hätten, dann wissen wir das ja gar nicht. Wie würdest du sagen, was, äh, was ist Liebe? Gibt's einen Jungen, den du ganz besonders toll findest? Nur Papa. Hast du schon mal ein Mädchen geküßt? Ja. Eins, aber nur. Auf den Mund oder auf die Wange? Mund. Auf den Mund? Ja. Und wie war's? Normal. Wollte sie, dass du dann ihr Freund bist? Ja. Wollte die mit dir gehen? Wir gehen. Wohin? Wie findest du denn den Kita-Streik? Nicht so gut. Warum? Weil, weil es so laut ist. Und ein paar Kinder müssen dann mitkommen und dann haben die Ohrenschmerzen. Warum streiken die? Weil, äh, manche etwas machen, was sie nicht machen dürfen. Zum Beispiel etwas abrupfen. Die Erzieher rupfen etwas ab? Nein, die Kinder. Und dann werden die Erzieher sauer. Und deswegen streiken die? Ja. Also die Kita-Erzieher streiken? Mit den Kindern. Mit den Kindern, dass das Abrupfen ein für alle Mal aufhört? Ja. Fühst du das richtig? Ja, also eigentlich muss man sagen, oh, okay, das war nicht so gut von mir. Entschuldigung. Was sind das da? Kita oder Schule? Schule. Warum? Weil man da eine Pause hat. Wüsstest du, dass ich, ich kann auch sehen, ob Kinder lügen? Und wie? Wenn Kinder lügen, dann wachsen ihre Nasen. Kennst du Pinocchio? Ja, aber der ist ja geschnitzt. Bobby, hast du schon einmal in der Nase gebohrt? Nein. Äh, doch. Hast du schon mal den Pope gegessen? Ja. So ganz oft. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Ähm, Freestyler. Du musst Fußballkommentator werden? Ja, vielleicht. Wie reden denn Fußballkommentatoren? Ja, und der hatte Ballen, der schießt und hatte und dann tot. Tor, Tor. War gar nicht schlecht. Also besser als Marcel Reif. Würdest du mich auch irgendwas fragen? Atemlos durch die Nacht, die das Liebe für uns macht. Atemlos, du und ich, Mia, das Interview war richtig. Und jetzt machst du einmal so und sagst, Rock'n'Roll, ihr Affen. Rock'n'Roll, ihr Affen. Rock'n'Roll, ihr Affen. Rock'n'Roll, ihr Affen.